Und da ist es mir auch nochmal wichtig zu betonen, dass es mir auch gar nicht darum geht, dass die Mutterrolle in irgendeiner Weise irgendwie schlecht ist, sondern da nochmal zu sagen, ich feiere das total, Mutter zu sein und ich finde das großartig, den kleinen Mann hier in meiner Welt zu haben. Aber ich merke, dass da eben noch mehr ist und wünsche mir eben dieses Mehr auch immer wieder trotzdem auch noch im Fokus zu haben und da nicht komplett irgendwie das aus dem Blick zu verlieren. Willkommen zu Idealisten, dem Interview-Podcast der Evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Ich bin Daniel Höhli und in der heutigen Folge spreche ich mit Jennifer Pepper. Jennifer Pepper ist Musikerin, Moderatorin und Mentorin, eine Macherin und neuerdings auch Mutter. Oder auf den Punkt gebracht, ein Multi-Organisationstalent, denn anders könnte sie die vielen Bälle gar nicht in der Luft halten. Ich spreche mit ihr über Coaching und Berufung, über ihre Ausbildung in drei Ländern, ihren Glauben und was sie unter musikalischem Erfolg versteht. Außerdem erfahrt ihr, wie sie die neue Rolle als Moderatorin bei der Sendung ERF Mensch Gott bekam und das ganz praktisch als Mutter meistert. Und natürlich will ich von ihr wissen, warum sie bei all den Bällen immer noch nicht genug hat und mal eben einen Online-Kongress für Frauen aus dem Boden stampft. Jennifer Pepper ist nicht nur Mutter eines zehnmonatigen Babys, sondern wohnt im von uns aus gesehen weit entfernten Braunschweig und das mitten in einer Pandemie. Deshalb haben wir das Interview kurzerhand remote durchgeführt, als jeder von seinem Büro aus. Und als digital affine Unternehmerin mit einem Home-Studio war das für sie auch kein Problem. Im Hintergrund hört ihr manchmal ihren kleinen Sohn schreien, was einfach dazugehört zu dieser authentischen Familienunternehmung. Viel Spaß mit Jennifer Pepper. Ich habe auf Aufnahmen gedrückt und tatsächlich heute mal remote zur Abwechslung, denn mein heutiger Gast sitzt in Braunschweig und ich freue mich riesig wie ein kleines Kind. Sie hat selber ein kleines Kind bekommen, Nachwuchs bekommen. Glückwunsch zum zehnmonatigen, kann man heute sagen, oder? Oder gestern? Ja, sehr gute Recherche, genau. Gestern hatte er seinen zehnmonatigen Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ich gucke gerade, Augenringe sehe ich keine. Also Nächte sind okay oder täuscht das? Ich glaube, das ist das Licht. Das ist das Licht. Habt ihr eigentlich schon ein Ritual, wie ihr euren kleinen Joshua schlafen legt? Ja, wir haben das Ritual, dass wir ihnen immer einen selbstgeschriebenen Song vorsingen in drei Sprachen, weil mein Mann spricht ja Portugiesisch und wir sprechen viel Englisch auch zu Hause und wollen unserem Kind auch diese drei Sprachen möglichst nahe bringen. Und deswegen haben wir einen Song geschrieben, der diese drei Sprachen, also auf drei Sprachen sagt, dass es jetzt Schlafenszeit ist und damit singen wir ihn in den Schlaf. Voll schön. Soll ich dir verraten, wie wir das bei uns in zwei Kids machen? Wir haben zwei Kinder, zweieinhalb und fünf Jahre. Und zwar singen wir denen ein Gute-Nacht-Lied zum Einschlafen. Und das ist tatsächlich der Refrain von Der Herr segne dich, von deinem Vater Martin Pepper. Ah, okay. Sehr schön. Yes. Hey, wie cool, dass ich jetzt heute mit dir sprechen darf. Und was ich so spannend fand im Vorgespräch, wollte ich schon sagen, also in den Vormails, die wir uns auch geschrieben haben, hast du ja gesagt, naja, momentan ist ja Musik gar nicht so ein Riesending. Sondern es ist, glaube ich, eher zum einen das Coaching, wenn ich es richtig im Blick habe, aber auch den Kongress, der ansteht. Darüber werden wir auf jeden Fall auch noch sprechen. Und in diesem Ganzen, glaube ich, ganz stark das Thema Berufung, was ich so rausgehört habe für mich. Und da habe ich erstmal so eine Frage an dich. Und zwar hast du in der letzten Folge von deinem Podcast, du bist oder du warst ja auch Podcasterin, in deinem Podcast Glaubensmusik. Da hast du ja Anfang Januar gesagt, dass du künftig anderen dabei helfen willst, mit Techniken ihrer Lebensvision auf den Grund zu gehen, ihnen Tipps und Tricks zu geben, wie sie noch mehr ihr Strahlen entwickeln und in die Welt tragen können. Was darf ich mir da unter Tipps und Tricks vorstellen? Also es geht ja darum, mal sein Leben zu scannen und erstmal zu schauen, ob man überhaupt da angekommen ist, wo man auch spürt, vielleicht intuitiv, das ist der Platz, wo auch Gott mich haben will. Und dann zu schauen, wenn es der Platz ist, super, hooray. Und wenn nicht, dann sich nochmal genauer anzuschauen, wo möchte man denn hin. Und da gibt es halt Techniken, ja, wie man sich so vorstellen kann, zum Beispiel, ich bin beim 80. Geburtstag von mir selbst und was möchte ich denn, dass die Leute mal über mich sagen. Und das sind für mich, ja, finde ich, spannende Übungen, die man machen kann, um da dieser Frage noch ein bisschen mehr auch auf den Grund zu kommen und da nicht eben, ja, einfach so das so hinzuleben, sage ich mal, sondern bewusst zu leben. Das ist mir, denke ich, ein großes Anliegen. Das sind ja tatsächlich so typische Coaching-Fragen und ich frage mich jetzt so, wann hast du zum ersten Mal gemerkt, okay, nur Musik, so Vollzeitmusikerin, das wird es jetzt doch nicht für alle Lebzeiten werden, sondern da ist noch mehr in mir? Ich glaube, es war gar nicht so der eine besondere Moment, wo das kam. Also ich habe schon immer gespürt, dass es auch noch andere Themen gibt, die mich begeistern. Zum Beispiel habe ich neben meiner, ich sage mal, Musikkarriere auch immer unterrichtet, ganz viel. Also ich habe Menschen das Ding beigebracht, also das Thema Coaching hat mich da auch schon fasziniert und begeistert und es war eigentlich ein Prozess, jetzt einfach so einen Schwerpunkt nochmal zu ändern. Also ich glaube, mein Problem, in Anführungsstrichen, war vielleicht schon immer eher, zu viele Bälle am Laufen zu halten, als jetzt nur eine Sache zu machen. Und da war jetzt, sage ich mal, eher die Erkenntnis, dass es wichtig für mich ist, dass ich mich etwas mehr fokussiere auf einen Bereich, da ich sonst auch nicht allen gerecht werden kann. Ja, spannend. Tatsächlich, als ich mich mit dir beschäftigt habe, so dachte ich auch, wow, da sind echt viele Bälle, die in der Luft gerade jongliert werden. So kommen wir auch noch auf die einen oder anderen zu sprechen. Nochmal ganz grundsätzlich nachgefragt, warum glaubst du eigentlich, tun sich heutzutage so viele Christen so schwer mit dem Thema Berufung oder mit dem Thema ihre Lebensvision zu finden? Ja, also ich probiere tatsächlich eher dieses Wort Berufung auch zu vermeiden, weil ich spüre, dass bei ganz vielen eine gewisse Art und Weise im Kopf ist, was das bedeutet. Und diese Art und Weise bewirkt bei ganz vielen, dass sie so einen Druck bekommen, also dass sie denken, es gibt jetzt die eine Lebensberufung und wenn ich die verpasse, dann ist mein Leben verfutscht. Oder auch dieses Gottesbild, dass wir irgendwie Angst davor haben müssen, dass wir jetzt nicht das machen, was Gott genau mit unserem Leben vorhat. Und da ist mein Glaubensbild schon so, dass uns Gott auch Mut zuspricht. Und ich glaube, das ist oft eine Prägung von dem Verständnis, dass Gott dieses schwarz-weiß Reden betreibt. So dieses, das ist der Weg. Und das mag für manche auch genauso sein, also dass es Leute gibt, wo es ganz klar Gott spricht, hey, geh nach Afrika, werd Missionar oder so. Aber ich glaube, ganz viel ist es auch für mich ein Losgehen, sich trauen, auch in dem Wissen, dass Gott mit mir unterwegs ist, was eben nicht so von Angst getrieben ist. Also ich denke, die Angst darf da ein bisschen mehr rausgenommen werden in dem Thema. Das ist spannend. Du sagst ja selbst, mit meiner Musik, mit meinem Podcast, meinem Kurs möchte ich Menschen ermutigen, freier ihre Begabung anzugehen und auszukosten. Ist das so dein Wesen, so Jennifer, die Ermutigerin? Ja, es ist definitiv ein großer Teil meiner, von dem, was ich in die Welt bringen möchte. Definitiv. Also wir schauen uns, wie gesagt, nochmal einige Facetten an. Ich würde jetzt gerne nochmal so einen Schritt zurückgehen und so deinen beruflichen Werdegang mal in den Blick nehmen und da ganz vorne anfangen. Und zwar in deiner Schulzeit. Da gab es ja so gewisse Phasen. Da warst du versetzungsgefährdet, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich habe mich gefragt, woran lag das eigentlich? Zwei Fünfen auf dem Zeugnis hatte ich. Woran lag das? Also ich war damals in einer Phase, wo ich Schule nicht cool fand. Und ich auch, muss ich sagen, also ich will es nicht immer auf die anderen irgendwie drängen, so nach dem Motto, ich hatte schlechten Einfluss, weil ich habe mich ja dafür entschieden, auch mich mit den Leuten anzufreunden. Ja, ich habe in dem Moment keine klare Vision auch für mein Leben gehabt und war orientierungslos. Und für mich hat in dem Moment die Schule irgendwie einfach eine sekundäre Rolle gespielt. Also ich fand damals es viel spannender, mich mit Freunden zu treffen und habe den Wert der Erziehung und der Bildung in dem Moment nicht erkannt. Und zum Glück habe ich dann aber noch die Kurve bekommen. Es war tatsächlich sehr knapp und habe dann doch noch mein Abitur auch gemacht. Darüber bin ich heute sehr dankbar, dass diese Phase in meinem Leben nicht, ich sage mal, schwerwiegende Konsequenzen hatte. Jetzt auch auf meinen heutigen Bildungsstand, dass ich da wirklich dann nochmal hätte irgendwie nach Abitur machen müssen, um zu studieren oder solche Sachen. Also da bin ich heute rückblickend sehr dankbar für. Nach dem Abi bist du ja erstmal zwei Jahre lang an die School of Worship in Dallas gegangen und hast dann zwei Jahre Popularmusik mit dem Schwerpunkt Gesang an der Hamburger School of Music studiert. Ich kürze es mal ein bisschen ab und bist dann für acht Monate an eine Uni in England gegangen, wo du dann deinen Bachelor of Arts in Musik erreicht hast. War das damals, wenn man das jetzt so hört, war das für dich so ein roter, geradliniger Faden, dass du wusstest, alles mit Musik, links und rechts und gerne auch irgendwie Theologie, und dass du so das Fundament hast, als christliche Musikerin durchzustarten oder war das dann so ein Schritt für Schritt ein Hineinfinden in, ich hätte jetzt fast gesagt, deine Berufung oder in deine Lebensvision? Ich würde eher sagen Zweiteres. Also als ich nach Amerika gegangen bin, wusste ich nicht genau, was mich erwartet. Dort war ich auch im ersten Jahr erstmal in der allgemeinen Bibelschule und habe mich dann im zweiten Jahr erst auf den Schwerpunkt Musik beziehungsweise Worship fokussiert. Und da ist dann tatsächlich auch diese Entscheidung getroffen, dass ich mich in die musikalische Richtung orientieren möchte. Und dann war der nächste Schritt nach der Bibelschule die Frage, ja, was möchte ich denn tun? Und ich habe das damals, so fromm gesagt, wirklich in Gottes Hände gelegt, wo ich für mich diesen Wunsch hatte, okay, ich möchte das gern probieren mit der Musik. Aber ich sehe auch viele Sachen, die ich noch nicht mitbringe, weil ich halt lange Zeit gar nicht so musikalisch unterwegs war. Und habe dann so quasi ein Deal mit Gott gemacht, in Anführungsstrichen, dass ich gesagt habe, okay Gott, wenn du hier die Türen öffnest, dann ist das für mich ein Zeichen, dass ich da durchgehen darf und dann möchte ich das, was ich da nutze, auch für dich gebrauchen. Also das war schon in dem Sinne für mich einfach so ein Versprechen, was ich an Gott gerichtet habe. Und das mit England hatte sich tatsächlich so ergeben. Das war jetzt gerade so eine Partnerschaft, die sich entwickelt hat in der Zeit, wo ich dort auch im Büro ab und zu mal ausgeholfen habe. Partnerschaft mit der Hamburger School of Worship. Ja, genau, mit der School of Music, mit der Universität in Plymouth, war das ja ganz im Süden von England. Und da ich sehr gern sowieso reise- und abenteuerlustig bin, dachte ich mir, das ist doch eine super Chance, jetzt da auch noch meinen Bachelor mitzunehmen und bin dem dann nachgegangen. Ist das so ein bisschen, sag ich mal, wenn du deinen eigenen Werdegang hier beschreibst, wie du das für dich gefunden hast, auch deine Lebensvision, ist genau das deshalb dir vielleicht ein Anliegen, das anderen wiederum weiterzugeben, dass die das auch oder vielleicht sogar ein Tick schneller finden können? Ja, definitiv. Also das spielt schon auch mit. Für mich ist, denke ich, ein Thema einfach dieses Thema in Bewegung bleiben. Also dass man nicht irgendwo stehen bleibt und sagt, okay Gott, jetzt erzähl mal, was soll ich machen? Und so lange wartet, bis dann die Stimme aus dem Himmel kommt. Im Gegensatz zu, ich gehe mal los und ich gucke mal, ob jetzt hier Türen aufgehen oder auch nicht. Also so denke ich, dass auch Gott oft durch diese Art und Weise spricht. Was wolltest du mal als Kind werden? Als Kind wollte ich tatsächlich auch eine Zeit lang Sängerin werden. Ich kann mich erinnern, dass wir, also meine Eltern haben ja damals eine Gemeinde gegründet in Berlin. Und dort kann ich mich erinnern, dass ich so als, ich glaube, Siebenjähriger oder so, eine von den Sängerinnen gesehen habe, die so einen Song performt hat und dachte so, oh toll, das würde ich auch gerne mal machen. Also singen war definitiv ein Bereich. Ich wollte eine Zeit lang Schauspielerin werden. Aber ich hatte, muss ich dazu sagen, es sind für mich auch so diese klassischen Kindheitsträume, die jetzt gar nicht so, finde ich, besonders sind. Weil gerade, wenn man sich jetzt diese The Voice und Co. anschaut, träumt, glaube ich, jedes Mädchen mal irgendwann auf der großen Bühne zu stehen. Genau, aber das war in der Zeit so. Bei Gunnar Engel zum Beispiel, den hatte ich auch mal hier im Podcast zu Gast, der wollte Seeräuber werden, fand ich irgendwie ganz charmant. Ja, das ist auch cool. Genau. Deine Eltern hast du erwähnt, die haben dir ja viel Freiraum damals gegeben, in deiner Kindheit, in deiner Pubertät, auch mal nicht in den Gottesdienst zu gehen und andere Interessen zu verfolgen, sage ich mal. Und du hast ja später selbst dann zum Glauben gefunden und hast da irgendwie quasi vieles nachgeholt. Heute bist du deinen Eltern dankbar für diesen Freiraum, den sie dir gegeben haben. Welche Art von Erziehung, würdest du sagen, hast du damals genossen? Also ich finde so rückblickend, meine Eltern haben das ziemlich gut gemacht. Sie haben mir schon sehr, finde ich, gesunde Grenzen gesetzt und mich aber auch immer sehr ermutigt. Und ich erinnere mich gerade an eine Story. Ich hatte nämlich als Jugendliche so eine Phase, da habe ich Kickboxen gemacht für drei Jahre. Und für meine Mutter war das nicht so leicht, ihre Tochter da auch richtig bei Turnieren kämpfen, zusammenschlagen zu sehen, sage ich mal. Und trotzdem war sie mit bei den Turnieren und hat mich unterstützt und war im Publikum und hat mir einfach damit signalisiert, ich ermutige dich, egal in welche Richtung du gehst und hat mir das nicht ausgeredet. Und das ist für mich schon ein Zeichen auch der Größe. Also wünsche mir das mal gerne auch bei meinen Kindern, wirklich auf ihre Entwicklung zu vertrauen, aber auch mit einem gesunden Gottesvertrauen zu sagen, ich gebe sie in deine Hand und ich vertraue dir, dass die Werte, die ich in sie hineingelegt habe, dass die auch weitertragen über vielleicht auch schwierige Zeiten hinaus, die ja vorhin schon mal angeklungen sind. Und das rechne ich ihnen heute an und ich denke, eine Sache, die vor allen Dingen meine Mutter schon immer auch auf dem Schirm hatte, ist dieses, ich möchte meine Kinder in die Selbstständigkeit führen. Also nicht dieses, dann mit 18 irgendwie noch zehn Jahre bei den Eltern zu wohnen, um irgendwie am Rockzipfel zu hängen, sondern zu, hey, du bist jetzt hier, es wird Zeit, du bist jetzt 18, irgendwie dein eigenes Reich aufzubauen, um dir vielleicht eine Wohnung zu suchen und zu arbeiten und einfach den Ernst des Lebens nochmal wahrzunehmen und nicht in dieser Komfortzone zu hängen. Und obwohl das vielleicht zu dem Zeitpunkt so ein bisschen hart für mich klang, so wie, du schmeißt mich jetzt hier raus, also hat sie nicht gemacht, aber es hat schon vermittelt, dass das jetzt auf jeden Fall eine Übergangsphase ist und dass es wichtig ist, dass ich mir jetzt auch bald was Eigenes suche. Und heute, ja, denke ich, ja super, weil ich glaube, ich hatte auch Kontakt mit anderen, wo ich gemerkt habe, dass es da nicht so war und dass da manchmal in der Entwicklung oder auch wie man das Leben anpackt, eher so, ja, noch mehr Unsicherheiten kommen, weil man nie gelernt hat, wie man denn auch alleine sein Leben aktiv gestaltet. Dein Vater, der hatte ja auch den Wunsch, seinen Glauben auf unkonventionelle Art zu leben und dann auch seine Musik auf unkonventionelle Art zu machen, wie du selbst übrigens gesagt hast. Ist das auch dein Wunsch geworden? Die Musik auf unkonventionelle Art und Weise zu machen? Also ich würde sogar noch weitergehen und sagen, das Leben auf unkonventionelle Art zu leben. Also wenn, dann nicht bewusst. Das ist, denke ich, durchaus was, was mitschwimmt, so in meinem Lebenskonzept. Aber es ist nicht was, wo ich gesagt habe, okay, jetzt möchte ich mal total unkonventionell sein. Ja, also zumindest ist ja dein Werdegang schon. Also du hast ja jetzt nicht irgendwie eine Ausbildung gemacht, ein Studium, was auch immer und dann hast du dich irgendwo anstellen lassen. Das stimmt, ja. Also bist ja einen ganz anderen Werdegang gegangen und auch da wieder links und rechts ausgebrochen. Also ich glaube, die letzten anderthalb Jahre oder so waren bei dir wahrscheinlich auch nochmal sehr abwechslungsreich. Und von dem her dachte ich so, ja, das klingt schon nach etwas, was dein Vater dir da weitergegeben hat vielleicht. Ja, ich denke sicher beide meiner Eltern, weil beide sind selbstständig und ich habe das so zu Hause erlebt und habe es schätzen gelernt, dass damit auch eine Freiheit kommt, sein Leben selbst noch mehr zu gestalten. Und ich muss sagen, ich kenne es gar nicht anders. Also ich habe zwar vier Monate, glaube ich, mal als Kellnerin gearbeitet, Vollzeit und das war sehr intensiv und habe aber eigentlich seit meinem, also nach dem Studium Anfang immer selbstständig gearbeitet und muss sagen, dass mir das auch total Spaß macht, da auch selbst zu kreieren, mein Lebensweg. Ja, oder selbst zu bestimmen, wie ich meine Tage gestalten möchte, welche Rhythmen ich in meinem Leben habe und ich nicht gerne fremdbestimmt lebe. Wie hast du eigentlich zum Glauben gefunden? Also das ist ja, man könnte ja meinen, so eine Tochter von Martin Pepper, der gemeinsam mit seiner Frau eine Gemeinde gründet in Berlin und du wächst dort auf. Da sind doch die Chancen ganz gut, dass du schon früh mit dabei bist und in der ersten Reihe stehst und so. Aber du bist ja dann doch erst später an den Punkt gekommen, wo du gesagt hast, so jetzt mache ich 100 Prozent gemeinsame Sachen mit Gott. Was war für dich damals der ausschlaggebende Punkt? Ich war damals in Amerika. Wir haben meinen Bruder abgeholt. Der war dort auf der Bibelschule, wo ich dann später auch war. Der hat mich zu einem Gottesdienst eingeladen und ich habe mir das so angeguckt vom Balkon aus. Erstmal so von der Ferne, gucken, was da los ist. Und da habe ich ja eine ganz heilige Atmosphäre gespürt. Und das war für mich ein Moment, der mein Leben verändert hat, weil ich in dem Moment von dem, was ich vielleicht irgendwie im Kopf hatte, also es war immer so dieses Verständnis, dass Gott da ist, aber dieses Konzept von einer persönlichen Beziehung, Jesus nachfolgen, ihn in meinen Alltag nehmen, das war noch nicht in mein Herz gerutscht. Und da war diese Erkenntnis, dass das ja real ist, was ich vorher irgendwie so in der Theorie meinte zu wissen, das ist dann so in mein Herz gerutscht. Und da war für mich eigentlich auch diese Frage, die Gott an mich gestellt hat, so hey, willst du mir ganz folgen oder gar nicht? Und da habe ich dann gesagt, okay, ganz. Und dann seitdem bin ich dabei. Du warst ja damals 19 Jahre alt, richtig? Richtig. Und du hast selber, glaube ich, mal gesagt, dass das jetzt gar nicht so sehr eigentlich dieser eine Moment in dem Sinne war, sondern auch ein Stück weit wie eine Reise, wie du das empfunden hast. Auch wenn du dich jetzt an dem Abend halt ganz bewusst schon entschieden hast, aber grundsätzlich ist es wie eine Reise. Und wenn du jetzt an diese Zeit zurückdenkst, was würdest du sagen, war die größte Hürde, die du auf dieser Glaubensreise bisher genommen hast? In welchem Punkt? Also generell, so in Punkt auf deinen Glauben, auf deine Beziehung mit Gott. Also ich sage mal, auf einer Reise hast du ja immer wieder gewisse Abenteuer, gewisse Herausforderungen und so weiter. Und wenn du jetzt so zurückschaust, es sind ja jetzt gute 15 Jahre so, dann ist so ein bisschen für mich die spannende Frage, an welchen Punkt erinnerst du dich ganz besonders zurück, wo du sagst, ja, das war schon auch nochmal ein ganz einschneidendes oder besonderes Erlebnis. Kann auch positiv sein. Also für mich war es schon einschneidend, damals auch mein Umfeld zu ändern. Dass ich gemerkt habe, der Zugang damals zu der ICF-Gemeinde hat mir unglaublich gut getan. Ich war vorher auch in einem Freundeskreis unterwegs. Ich habe es ja schon mal anklingen lassen, der jetzt nicht so christlich unterwegs war. Also du kamst zurück aus den USA und da hat es plötzlich dieses Feuer in dir und hast gemerkt, oh, die alte Welt, wo ich mich bisher zu Hause gefühlt habe, das passt irgendwie nicht mehr so gut. Ja, das hat tatsächlich vorher schon angefangen. Also schon vor diesem Erlebnis habe ich die ICF-Pastoren im Garten meiner Cousine kennengelernt, bei einer Kleidertauschparty, glaube ich, oder irgendwie VIP-Party. Also irgendwie war da ein Event vom ICF. Und meine Cousine hatte mich eingeladen, wohl wissend, dass ich den christlichen Glauben jetzt in der Form nicht auslebe. Und da habe ich Katrin und Stefan, die ICF-Pastoren, kennengelernt und war erst mal begeistert mit was für einer Frische, die ihren Glauben gelebt haben und war interessiert. Und dann erzählten sie mir von dem Gemeindegründungsprojekt ICF. Und da fing es an, dass ich da schon auch dann sonntags in den Gottesdienst gegangen bin und dachte, ach, okay, interessant, so kann man sein Glauben auch ausleben. Das heißt, es ging ungefähr ein Jahr so, dass ich da aber immer noch den Bezug auch zu den anderen Freunden hatte und irgendwie so das Gefühl hatte, ich lebe in so zwei Welten. So Sonntagmorgen, der heilige Christ und unter der Woche mache ich so mein Ding. Und das hat, denke ich, alles so dazu geführt. Also ich war dann auch noch bei einem Camp in Kroatien, auch ein Jahr vorher. Da habe ich auch schon so angefangen, mich mit dem christlichen Glauben noch mehr zu befassen. Also in dem Sinne würde ich auf jeden Fall sagen, dass es eine Reise war und unterschiedliche Stationen hatten, die dann dazu geführt haben, dass ich dann auch, als ich nach Amerika wieder zurückgekommen bin, dann gesagt habe, okay, ich möchte mich taufen lassen. Ich möchte jetzt auch im ICF mitwirken und mich da einbringen. Und möchte mich da jetzt voll drauf einlassen, auch auf das, was Gott für mein Leben vorbereitet hat. Wenn du die Jennifer von vor 15 Jahren so mit der von heute vergleichst, in Bezug auf, wie du über Gott denkst, gibt es da was, wo du sagst, oh ja, da hat sich auch fundamental was geändert oder sagst du, nö, das hat sich bestätigt? Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass sich mein Gottesbild verändert hat. Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich schon immer einen sehr, einen liebenden, wohlwollenden Gott im Blick habe, wenn ich über Gott nachdenke und auch spüre. Also das heißt, das hat sich jetzt nicht geändert? Das hat sich nicht geändert, genau. Ich denke, die Intensität hat sich vielleicht verändert, sodass ich da, ich sage mal, gerade am Anfang, so wie man das ja auch kennt, so dieses typische Verliebtheitsgefühl. Also ich kann mich auch erinnern, als ich dann in der Bibelschule war, da war ich schon eine von denjenigen, die jetzt immer in der ersten Reihe voll am Worshippen war und immer so quasi so der Streberchrist, der irgendwie auch alles mitgeschrieben hat und für den ganz viele Themen auch komplett neu waren. Ja, wo ich schon gemerkt habe, ich war da wie so ein Schwamm, der alles aufgesaugt hat. Obwohl meine Eltern mir natürlich diese christlichen Werte auch weitergegeben haben, war trotzdem ganz viel nicht da, weil ich eben nicht mit im Gottesdienst war für viele Jahre. Und wo dann vielleicht meine Freunde dann so zum zehnten Mal über das Thema Vergebung eine Predigt hören, war das für mich so, wow, cool. Und also, ich meine, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber auch so, ah, wusstest du, dass es so viele Prophetien im Alten Testament gibt, so, dass Jesus kommt? Das war mir irgendwie nicht so in der Größe bewusst. Und da hat sich natürlich jetzt einiges an Verständnis und Horizont einfach erweitert, so über die Bibel, aber auch über die Art und Weise, wie man seinen Glauben lebt. Also ich hatte damals schon auch eine klare Brille, dass zum Beispiel das ICF-Movement, dass das quasi so der Weg ist, wie man Gemeinde baut. Und mittlerweile habe ich mich da viel mehr geöffnet, auch dadurch, dass ich mit meinem Vater viel auch in anderen Gemeinden unterwegs war oder auch immer noch bin. Und ich spüre, dass Menschen, auch ob das eine Brüdergemeinde, ob das eine Landeskirche, Baptisten, wer auch immer, ich spüre den gleichen Glauben und die gleiche Hingabe, aber einfach die Form ist eine andere. Und da würde ich sagen, bin ich mittlerweile vielleicht ein bisschen weniger arrogant, zu sagen, dass es halt diesen einen Weg gibt und lasse noch mehr Möglichkeiten zu, auch seinen Glauben auszuleben oder den auch zu teilen mit anderen Menschen. Voll wertvoll, ja. Ich würde gerne auf deine Musik zu sprechen kommen, auch wenn das jetzt Stand heute gerade nicht mehr das Aktuellste ist, aber ich glaube, es ist ein ganz großer Teil von dir. Na klar. Das wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. Definitiv. Erstmal ganz am Anfang auch da wieder. Hat denn dein Vater dich musikalisch ganz besonders gefördert oder gefordert oder war das gar nicht so? Doch, würde ich schon sagen. Also wir hatten damals Klavierunterricht, Gesangsunterricht und es war definitiv immer schon auch ein Thema. Und als ich dann zum Glauben gekommen bin, wieder zurück zum Glauben mit 19, da fing das an, wieder nochmal vermehrt zum Thema zu werden, weil ich mich da in meiner Rebellenphase als Teenager schon auch bewusst, ja, von distanziert hatte, sage ich mal. Und zwar das mit dem Gesang noch weitergemacht habe, aber gerade Klavier habe ich dann nicht mehr so verfolgt. Und als ich dann zum Glauben gefunden habe, war noch mehr diese Erkenntnis in mir geboren, dass ich jetzt ja als Christ irgendwie auch das, was ich zu geben habe, nutze, um sein Reich hier zu verbreiten. Und da kam das halt wieder zurück. Aber auch da, muss ich sagen, in der Zeit, wo ich mich gegen zum Beispiel Klavierunterricht entschieden habe, bin ich auch dankbar, dass das jetzt nicht irgendwie so, hey, solange du deine Beine unter meinen Tisch hast oder so, gehst du wöchentlich hier zum Klavierunterricht, sondern auch zu sagen, okay, dann geht es jetzt in eine andere Richtung. Für mich war das dann damals Sport, sehr intensiv. Kickboxen. Ja, und auch Basketball habe ich auch gespielt, sehr intensiv und hatte da irgendwie echt jeden Tag irgendein Training. Ja, und dann war eben diese Erkenntnis, dass ich damals in meinem Denken, dass ich schon mit der Musik noch mehr von dem neu gefundenen Glauben auch berichten konnte als jetzt durch Sport. Wobei das möchte ich jetzt allen Sportlern auch nicht wegnehmen, dass das nicht auch möglich ist, darüber Menschen zu gewinnen. Aber das war so für mich die logische Schlussfolgerung und auch das Erlebnis, dass ich so das Gefühl hatte, dieses Gespür, dass Gott mich so in diese Richtung ruft auch. Bei der School of Worship in Dallas, da war ja auch Juri Friesen mit dabei. Das hat sich irgendwie so ergeben, dass ihr da beide aus Deutschland dabei wart. Ja. Und du hast in deinem Podcast dazu gesagt, ich bin so froh, dass er so erfolgreich unterwegs ist. Und ich habe mich gefragt, wie definierst du für dich Erfolg? Ja. Also in dem Fall von der Outbreak Band, dass die Lieder Land ein, Land ausgesungen werden. Also es ist für mich definitiv ein Erfolg, wenn Menschen die Lieder, die du schreibst, auch singen. Und natürlich auch, dass sie viele Hallen füllen und dass da so ein Verständnis einfach ist. So wenn man an den deutschen Lobpreis denkt, denkt man viel auch an die Outbreak Band, gerade was unsere Generation angeht. und das war auf jeden Fall damals auch schon etwas, wo ich dachte, ja, da brauchen wir einfach richtig gute deutsche Texte, frische Texte und Menschen, die das noch mehr auch für unsere Generation ein bisschen greifbarer machen. Wie würdest du in dem Verständnis auf deine eigene Musik schauen oder auf deine musikalische Karriere, sage ich mal? In Bezug auf Erfolg, meinst du jetzt? Ja. Also nett zu sagen, welche Ziele hast du dir vielleicht auch gesetzt? Wo bist du vielleicht super happy? Und wo sagst du, hätte ich mir vielleicht das eine Art nachher noch gewünscht? Keine Ahnung. Ja, das ist eine gute Frage. Also für mich war es schon immer ein Wunsch, auch ein Solo-Album zu kreieren und auch ein eigenes Konzertprogramm zu gestalten. Da ich ja mit meinem Vater über zehn Jahre unterwegs war, habe ich gemerkt, da ist sowas in mir, das ist so nach dem Motto, ich will auch mal in der ersten Reihe sein. Und das war dann ja auch mit dem Album Schritt für Schritt gegeben, was sich auch gut verkauft hat und wo ich jetzt auch dankbar für bin. Also würde schon sagen, dass es ein Erfolg war. Was ich mir vielleicht zu dem Zeitpunkt noch mehr erhofft hätte oder gewünscht hätte, ist, dass Leute noch mehr auf dem Schirm haben, dass ich jetzt auch alleine unterwegs bin. Ja. Weil das, denke ich, ja, dass das so in der Öffentlichkeit ankommt, das braucht, denke ich, seine Zeit. Und da habe ich gemerkt, dass dieser Switch von ich bin jetzt nicht mehr mit meinem Vater, sondern mit meinem eigenen Programm bei vielen gar nicht so angekommen ist. Und das wäre wahrscheinlich was, was ich mir noch eher gewünscht hätte, dass es so nach dem Motto, okay, und jetzt laden wir dich alleine ein, sondern bei ganz vielen, die sagen, ja, wir laden dich ein. Und dann war aber automatisch, ja, du machst es ja mit deinem Vater. Und dann so, nee, nee, ich komme jetzt alleine. Und das, ja, war sicher ein Punkt, wo ich denke, ja, hätte anders laufen können, aber ist für mich auch in Ordnung. Ich stelle mich auch gar nicht so einfach vor, wenn so der bekannte Vater immer so, wenn man die Tochter des bekannten Musikers ist sozusagen, da dann seinen eigenen Platz zu finden, gerade wenn ihr am Anfang dann auch, was heißt am Anfang, wenn ihr sogar für zehn Jahre, das ist ja schon ein langer Zeitabschnitt, zusammen unterwegs seid, dann ist das tatsächlich, glaube ich, schon sehr, sehr tief verankert irgendwann, ja. Total, ja, definitiv. 2011 hattest du angefangen, der Vollständigkeit halber, mit deinem Vater Musik zu machen. Dein Vater selbst hat die Zusammenarbeit mal mit den drei Adjektiven beglückend, berührend und wunderbar beschrieben. Welche drei würdest du verwenden? Oh, da muss ich kurz mal drüber nachdenken. Mir fällt jetzt gerade einfach schön ein, also es ist auch sehr harmonisch. Visionär sind jetzt meine spontanen drei Worte. Schön, harmonisch und visionär. Ja, was war letzteres für dich? Was verknüpfst du damit? Er hat mir schon eine Welt eröffnet, in der ich mich traue und auch größer zu denken und nochmal vielleicht so über den Tellerrand zu schauen. Also das, was du vielleicht vorhin auch meintest, mit dem unkonventionelles Leben zu führen, das ist für mich was, was er so ganz authentisch rübergegangen ist, auch in Mark und Blut und ich jetzt aber nicht mich bewusst auf den Weg gemacht habe und da denke ich, hat er mir schon sehr viel mitgegeben in dem Punkt der Weite, wie er das Leben angeht und das schätze ich sehr. Bei dem Harmonischen so, habe ich mich auch gefragt, natürlich eine der Fragen, die sich am stärksten aufdrängt, ist so nach zehn Jahren der Zusammenarbeit, Vater, Tochter, sehr enge Beziehung, auch im Unternehmerischen sozusagen. Ist das dann immer so harmonisch? Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sage, wir hatten keine irgendwie auch mal Auseinandersetzungen oder Meinungsverschiedenheiten, aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass wir beide auch vom Typ Mensch schnell sind, dass wir auch dann wieder vergeben und weiter geht die Reise. So, also das erlebe ich schon, dass wir da uns so sehr schätzen, dass wir auch wissen, wenn dann mal irgendwie man andere Vorstellungen hat, dass es trotzdem so gepaart ist mit diesem, aber wir lieben uns und deswegen geht es jetzt einfach weiter und ich glaube, das war schon sogar als Kind, so hatte ich das zumindest erlebt, dass wir uns da natürlich auch mal gestritten haben und dann das aber dann auch schnell wieder alles in Ordnung war. Und das erlebe ich schon auch jetzt. Cool. Ja. Also Stichwort Erfolg, das Lied Gott segne dich, das ja dein Vater und du gemeinsam geschrieben habt, das hat heute auf YouTube 3,3 Millionen Aufrufe. Erfüllt dich das auch so ein bisschen mit Stolz? Ja, definitiv, wobei ich ihm da schon die Lorbeeren eher geben würde, weil der größte Teil des Songwritings war schon aus seiner Feder. Auch bei vielen unserer gemeinsamen Songs hat er schon oft das Grundgerüst mitgenommen und ich habe da noch verfeinert oder Fragen gestellt und gesagt, nee, das ist noch nicht so cool. Also dementsprechend bin ich schon dankbar auch für den Erfolg, aber wird ihn jetzt auch nicht so viel davon wirklich mir zuschreiben. So vielleicht so 30 Prozent. Also die Bescheidenheit ehrt dich ja. Ich habe das so ein bisschen aus dem Mund deines Vaters ein bisschen anders rausgehört, wo er so sagte, ja, also ich dachte ja irgendwie immer, ich bin mit meiner Musik so ganz, ganz vorne mit dabei und so, yeah. Und auf einmal habe ich so gemerkt, als du so dazu kamst, huch, ich glaube, ich bin nicht mehr so ganz so up to date, ja. Was ja irgendwie wie ein wertvoller, also vielleicht habt ihr euch da einfach sehr, sehr gut ergänzt und gefunden an der Stelle. Ja, ja, definitiv. Also da hatten wir schon sehr viel, ja, Reibungen in dem Sinne, dass ich gesagt habe, ja, aber so würde man das nicht sagen. Und da merken wir natürlich auch, dass wir aus unterschiedlichen Generationen kommen und dass zum Beispiel auch seine musikalischen Vorstellungen oder auch Songwriting Vorstellungen andere sind als jetzt in meiner Generation. Und da, ja, um mir jetzt mal ein Beispiel zu nennen, denke ich, dass er noch mehr so vom Lyrischen kommt und dass ich jetzt, wenn man Mark Forster zum Beispiel hört, da geht es um, ich schreibe dir mal eine WhatsApp oder irgendwie mach mein Handy an. Und sowas kann halt in einem Song stattfinden, also eher dieses Umgangssprachliche. Und das habe ich ja jetzt dann auch mit meinem eigenen Album noch mehr ausgelebt, ja. Und da war es quasi eigentlich immer so diese Spannung finden zwischen, es ist lyrisch und es ist schön und es reimt sich auch, hin zu, verstehen das die Leute oder ist das zu, es kann ja irgendwo manchmal auch ein bisschen zu poetisch sein, dass man es einfach nicht checkt, was gemeint ist. Und da war, glaube ich, schon so mein Einfluss, immer so zu gucken, es ist verständlich und ja, Punkt. Deine Nachbarn, die haben dir mal so den Helene-Fischer-Style zugetraut, ja. Und ich habe mich so gefragt, naja, hätte dich eigentlich so eine Laufbahn auch mal gereizt oder gab es nie diesen Moment, wo du dachtest, hm, vielleicht sollte ich doch mal in einen säkularen Bereich gehen und dort Karriere machen? Lustigerweise nicht wirklich. Also ich habe meine Musik immer ganz klar auch damit verbunden, dass ich eine Botschaft habe, die ich vermitteln möchte. Und ja, möchte jetzt nach Helene-Fischer das nicht unterstellen, dass sie jetzt keine Botschaft hat, aber es sind natürlich andere Botschaften, die man dann vermittelt. Und da habe ich für mich schon immer auch Musik als eine Art Sprachrohr gesehen, dass ich Menschen von meinem Glauben erzählen möchte und mir wünsche, dass sie auch Glaubenserfahrungen haben, während sie die Musik hören oder einfach sich mit dem Thema nochmal intensiver auseinandersetzen. Deswegen kann ich da wirklich sagen, obwohl ich weiß, das ist gerade in der christlichen Szene oft so dieses, man liebäugelt eigentlich mit der säkularen Szene und nutzt das jetzt vielleicht als Sprungbrett, kann ich trotzdem sagen, dass es von meiner Überzeugung her schon immer die war, dass ich mein Glauben damit vermitteln möchte. Und das hat ja in unserer säkularen Welt nicht wirklich den Rahmen. Das stimmt, ja. 2018 war das, als du dein Album Schritt für Schritt veröffentlicht hast und dann hast du ja aber doch nochmal ein bisschen weitergemacht mit deinem Dad zusammen. Also bisher nicht direkt so, hey, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und das hattest du ja für 2020 angekündigt, wo ihr nochmal diese Abschiedstournee machen wolltet. Und dann kam Corona. Wie stark hat Corona euch da bei der Abschiedstournee so einen Strich durch die Rechnung gemacht? Ja, total. Also die Termine wurden jetzt eben, ja, viele in 2022 verschoben. Wer weiß, ob sie dann nochmal verschoben werden. Also vielleicht wird sie noch geben. Es wird sie noch geben, ja, ja. Es wird sie noch geben. Also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, nee, definitiv. Also wir haben da ja auch Verträge mit Veranstaltern und wollen das auch gerne so richtig zu Ende führen. Aber es ist natürlich schon jetzt, es zehrt schon auch an einem zu sagen, okay, ich habe jetzt hier das Commitment gegeben und jetzt noch ein Jahr später und noch ein Jahr später. Und nimmt so ein bisschen dieses, glaube ich, schöne Gefühl, auch das ist jetzt unser Ende hier. Das wollen wir nochmal gebührend feiern. Wird jetzt nochmal runtergestückelt. So in, ach ja, und hier nochmal ein Auftritt und da nochmal ein Auftritt. Ja, dementsprechend müssen wir mal gucken, wie man das jetzt so als große Abschiedstournee dann unter die Leute bringen kann auch. Okay, warum hast du, das kam ja von dir die Initiative zu sagen, jetzt ist es mal in der Zeit für ein Solo-Projekt, so ich steige aus. Ja, also warum hast du dich damals dafür entschieden? Für das Solo-Projekt oder keine Musik mehr mit meinem Vater zu machen? Sorry, genau. Ich meinte jetzt, dich dafür entschieden, das Vater-Tochter-Duo aufzulösen. Ja, es war dann irgendwo auch eine praktische Entscheidung, einfach auch zu überlegen, ich bin jetzt verheiratet und möchte da einfach auch meine eigenen Wege bestreiten und das hat für mich Sinn gemacht und ich habe da durchaus, wurde auch begleitet, auch in dem Prozess, wo mir auch ein Coach nochmal geholfen hat, ja, mein Leben nochmal aus einer anderen Warte auch zu betrachten und da habe ich gemerkt, dass das dran ist, jetzt für mich und auch für uns als Paar. Mein Mann hat uns ja viel begleitet oder begleitet uns immer noch, also dass wir nicht nur als Duo, sondern auch... Auch Musiker. Ja, genau, ist auch Musiker. Sind wir als Trio viel unterwegs gewesen und da, ja, habe ich einfach gemerkt, dass es jetzt eine Zeit ist, einfach auch sein eigenes, auch Familienleben aufzubauen und da, ja, einfach eine gesunde Grenze zu setzen. War das damals für dich schon klar, dass du nicht nur das im musikalischen Bereich für dich anstrebst, also berufstechnisch, sage ich mal, oder hat da womöglich sogar Corona mit dazu beigetragen, dass du sagst, okay, ich gucke mich jetzt doch mal ein bisschen weiter links und rechts um, weil dann kam ja tatsächlich das mit dem Coaching und so weiter noch, glaube ich, stärker ein bisschen in den Blick, ne? Also damals, als ich die Entscheidung getroffen habe, das war, glaube ich, beim Kirchentag in Dortmund, wo ich das meinem Vater auch erzählt habe, da hatte ich das mit dem Coaching noch nicht auf dem Schirm. Also da war erst mal für mich klar, das ist jetzt wichtig, hier einen Punkt zu setzen und wie es dann genau weiterging, das war für mich an dem Moment überhaupt noch nicht klar. Also das war für mich eher auch der Schritt, in Glauben zu gehen, zu sagen, ich gehe jetzt los, auch wenn ich noch nicht weiß, wie genau die Zukunft aussieht und weil es natürlich schon, dadurch, dass mein Vater die entsprechende Bekanntheit hat, auch ein Stück weit bequem war, für mich zu sagen, ich ruhe mich jetzt darauf aus, zu sagen, ich springe in einen Tourwagen, bin dann da vor Ort, spiele das Konzert und habe den schönen Teil, ja? Die ganze Vor- und Nachbereitung lag ja bei ihm und auch die ganze Verantwortung für das Event selbst. Und da habe ich gemerkt, dass das schon einfach eine andere Nummer ist, wenn man das selber auch trägt. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich auch nicht, ob ich das so hauptberuflich, musikalisch an den Start bringen kann. Mir war schon bewusst, dass ich gesagt habe, okay, wenn ich jetzt aber hier nicht den Cut setze, dann habe ich auch nicht den Druck, sage ich mal, den positiven Druck auch zu sagen, ja gut, dann muss ich mich jetzt irgendwie anders orientieren oder wir uns auch als Familie. Und so kam das dann, dass wir einfach den Schritt ins Ungewisse gegangen sind und gesagt haben, okay, irgendwie wird es schon. Ja, und es wurde dann auch. Es wurde dann auch. Unter anderem wurde es ja auch Anfang dieses Jahres dann mit der Moderation von ERF Mensch Gott was, wo du jetzt am Start bist. Seit Februar, ne? Arbeitest du jetzt zusammen mit Markus Walter. Was ist für dich das Spannende an diesem Format? Die Geschichten der Menschen zu spüren, dass Gott Menschen transformiert, das zu erleben, das zu hören und das weiterzugeben. Also es gibt für mich fast nichts Schöneres, als auf diese Art und Weise mein Glauben auch zu bekennen, weil das so ein sehr authentisches Format ist, was den Menschen ermöglicht, da anzudoggen, auch mit ihrer Lebensgeschichte. Alle zwei, drei Wochen kommt jetzt eine neue Folge von dir, ne? Alle zwei Wochen, ja. Alle zwei Wochen, okay. Bedeutet das auch, dass du alle zwei Wochen da jetzt zum Drehtermin fahren musst oder wie läuft es dann? Nein. Ich würde dich auch gerne noch in dem Sinne korrigieren, dass nicht erst ab Februar wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten, sondern dass die Aufnahmen schon im November waren. Okay. Aber die Ausstrahlung war dann im Februar. Genau, die Ausstrahlung war im Februar und der ganze Prozess begann schon letztes Jahr im Juni. Im Juni. Ein Monat vor Geburt von Joshua. Ja, Tatsache. Genau. Ich hatte dort ein Casting, also ich war ja nicht die Einzige. Mit Babybauch dann logischerweise. Mit Mega-Babybauch. Und eigentlich war das Casting tatsächlich für den Entbindungstermin angedacht. Der sollte nämlich am 5. Juli sein. Ui. Und da habe ich gesagt, also ich glaube, da kann ich nicht. Da habe ich was anderes vor. Und dann haben sie sich darauf eingelassen, netterweise das Ganze einen Monat vorzuschieben. Und das war dann auch so, dass ich dann an dem Casting-Tag tatsächlich auch die Einzige war, die dort ins Verhör genommen wurde quasi. Und ich dann am 5. Juni gar nicht dabei war. Also da waren auf jeden Fall auch noch andere Bewerber. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was war eigentlich die Frage nochmal? Naja, also es ging es erstmal nur, ob du da jetzt alle paar Wochen und dann sagst du es. Ach so, genau. Also und das ist so, dass wir alle 2-3 Monate tatsächlich das aufnehmen und dann jeweils 8 Folgen. Also ich nehme 4. 8 Folgen? Genau. An einem Tag? Äh, nee, an 3 Tagen. Okay, ja. Also wir sind dann über mehrere Tage zusammen. Das ist jetzt in der Nähe von Frankfurt, in Bensheim. Mhm. Da das ERF-Studio gerade umgebaut wurde, mieten wir uns bei Hope Media ein. und dort sind wir dann für drei Tage und das ist ganz intensiv. Also da gibt es dann pro Tag entweder eine oder zwei Folgen, die aufgenommen werden mit Maske, Vorbesprechung, Team, also ja, die ganze Nummer. Okay, spannend. Bensheim, da habe ich mein Abitur gemacht. Grüße gehen raus. Ach nee, okay, cool. Genau, von dem her, meine Heimat. Was mir aufgefallen ist und das fand ich wirklich spannend, ist, ihr veröffentlicht die Folgen ja unter anderem auf YouTube. Das ist, glaube ich, so einer der Hauptkanäle. Und mir ist aufgefallen, dass du in den Kommentaren sogar kommentierst selbst. Das ist mir vorher noch nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Markus auch schon gemacht hat oder nicht, aber auf jeden Fall fand ich es tatsächlich spannend, weil es ja auch manche kritische Kommentare gibt und auch auf die bist du eingegangen. Also zum Beispiel hier, ich vermisse das empathische Wesen von Sigrid Röseler, hat eine Dame geschrieben und jemand anderes hat dann darauf geantwortet, so ja, irgendwie steht es um deine Empathie, also zu der Dame gerichtet. Du hattest das damals auf dich bezogen erst und hast dann ja geantwortet, naja, das lasse ich lieber die Zuschauer bewerten. Ich habe mich jetzt gefragt, so wie geht es dir damit? Also macht das was mit dir, wenn du sowas liest? Denkst du innerlich schon so oder sagst du, nee, da kann ich ganz gut und souverän mit umgehen? Momentan würde ich sagen, zweiteres, einfach aus dem Grund, dass ich, ich sag mal, in einer Rolle, wo ich ja schon öffentlich unterwegs bin und jetzt nicht auch erst seit ERF, sondern vorher schon, ob das jetzt in der Gottesdienstgestaltung ist, als Lobpreisleiterin oder eben auch als Sängerin oder eben auch bei YouTube und unterschiedlichen Medien, dass das einfach mit dazugehört, dass Menschen dich auch mal nicht cool finden und dich nicht mögen und irgendwie vielleicht auch gerade einen schlechten Tag haben und das jetzt dann an dir meinen auslassen zu müssen. Und da, ja, ist für mich so dieses Verständnis, ich muss nicht alle glücklich machen, sondern ich tue meinen Job mit bestem Gewissen und einfach das, was ich geben kann. Und wenn das manchen Menschen nicht passt, dann ist das für mich auch in Ordnung. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, dann warst du ja bei den Aufnahmen der ersten Folgen im November, nicht du, sondern dein Sohn war dann vier Monate alt, den hast du ja mitgenommen, hast ja eine Insta-Story auch geteilt. Ich frage mich jetzt so praktisch gesehen, wenn jetzt dein Mann nicht dabei ist, wer passt auf so einen Mann während den Drehs auf oder so, wie macht man das ganz praktisch? Also ich hatte, ich hatte jemanden dafür, ich sag mal, angestellt, also es ist eine Babysitterin, die hat sich um ihn gekümmert, aber es war schon auch ein bisschen chaotisch, also ich, gerade bei dem ersten Dreh war das eine Dame, die noch nicht so viel Erfahrung hatte mit ganz kleinen Kindern und das war dann für mich auch nicht so leicht da zu erleben, dass er fast gar nicht geschlafen hat. Also es war schon eine Herausforderung, dann auch mit meinem Gedanken bei dem Geschehen zu bleiben und bei den Gästen zu bleiben und mich auf diesen neuen Moment auch 100 Prozent einzulassen, weil ich schon auch mit einem Gedanken immer bei meinem kleinen Sohn war. Aber letztendlich hat es geklappt, ich habe auch viel daraus gelernt und hatte jetzt auch beim zweiten Dreh dann eine ganz wundervolle Babysitterin und das ist für mich ja, Teil von einer Erfahrung, aus der kann man lernen und einfach auch sehen, dass es trotzdem irgendwie geht. Also auch gerade das Team bei ERF, die sind alle so unterstützend und dann kann es halt auch mal sein, dass die Besprechung mit 20 Leuten nach hinten verschoben werden muss, weil ich mein Kind noch stille. Ja, und da ist es einfach so eine liebevolle Art, finde ich, wie sie mit mir auch als Mutter in meiner Rolle umgehen und wie sie immer mir auch diesen Freiraum, soweit es denn geht, geben. Ich meine, manchmal fangen sie dann natürlich in gewissen Sachen auch ohne mich an und ich komme dann später dazu, weil ich ihnen eben noch stille oder so. Aber da bin ich schon sehr dankbar, dass ich da ein ganz tolles Team habe, auf das ich auch aufbauen kann. Ich will auch noch mal gleich nachfragen zu diesem ganzen Muttersein. Das ist ja ein ganz spannendes, wichtiges Thema. Aber eine Frage vorab noch und zwar zu eurer Ehe. Du hast am 19. Mai 2018 auf Instagram geschrieben, heute darf ich diesen wundervollen Mann ein drittes Mal heiraten in Berlin. Das musst du jetzt mir und den Zuhörern noch mal erklären. Ja, also wir haben standesamtlich im Januar geheiratet, am 30. Januar. und hatten dann unsere kirchliche erste Trauung in Brasilien im März am 27. und haben dann noch einmal am 19. Mai, also jetzt bald feiern wir unser dreijähriges Jubiläum, genau, ja, dementsprechend ein drittes Mal Ja gesagt. Ah, dann verstehe. Das heißt, ihr nehmt auch tatsächlich den dritten Tag als euren Hochzeitstag, den ihr dann jährlich feiert. Ne, wir nehmen auch die anderen. Ihr feiert einfach dreimal. Wir haben einfach viel zu feiern bei uns. Okay, okay. Also wir feiern schon den 30. und manchmal fallen die Tage auch so, zum Beispiel waren wir jetzt am 30. bei unserem ersten Hochzeitstag, waren wir tatsächlich auch bei ERF, aber bei Gott sei Dank. Und da haben wir es in dem Sinne gefeiert, dass mein Mann mir zum Beispiel dann Frühstück ans Bett morgens gebracht hat oder so. Also da muss man halt auch gucken, was sind die Gegebenheiten. Beim zweiten waren wir in Brasilien und da haben wir dann für die Tage uns ja ein bisschen Auszeit genommen und sind nochmal auf so eine spezielle Insel geflogen. Also da probieren wir einfach so ein bisschen kreativ auch zu schauen, wo passt was. Und ich sage mal, in Corona-Zeiten, dann ist es der romantische Dinner bei uns zu Hause. Genau, also da gucken wir einfach, was gerade möglich ist. Am 10. Juli 2020 bist du dann Mutter von Joshua Luca geworden, eurem ersten Kind. Man hat ihn jetzt auch schon, glaube ich, ein paar Mal im Hintergrund gehört. Was hat sich seitdem für dich am meisten verändert, würdest du sagen? Also ich merke schon, dass die Rolle für mich als Mutter jetzt auch nochmal eine andere ist. Also auch überhaupt diese Rolle, wie ich im Leben stehe. Es hat für mich nochmal den Fokus verändert, von dem auch Fokus, sage ich mal, auch auf das, was ich erreichen möchte, was ich leben möchte, hin zu das Wichtigste für mich, neben meinem Glauben, ist halt meine Familie. Und das möchte ich wahren und ehren und pflegen. In dem Sinne haben sich Prioritäten verändert und auch die Wahrnehmung von meiner persönlichen Rolle. Ich würde da nochmal nachfragen wollen. Und zwar, du hast sechs Wochen nach der Geburt im Gespräch mit Zephora Nelson gesagt, dass du dich ab jetzt wieder freust, dich deinem Podcast Glaubensmusik zu widmen. Da habe ich mich gefragt, okay, wie verstehst du aber eigentlich jetzt diese Rolle tatsächlich, also die Mutterrolle? Weil es gibt ja heutzutage sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen, auch unter Christen, ganz klar. Und was ich jetzt aber zum Beispiel rausgehört habe aus dieser Aussage von dir, ist, dass du jetzt dir nicht vorstellen kannst, Vollzeit-Mama zu sein. Ja, das war durchaus schon von Anfang an eine Entscheidung oder auch eine Überlegung und auch ein Verständnis, dass in Anführungsstrichen nur, weil ich jetzt Mutter bin, hört mein Leben nicht auf. Sondern es war immer die Vorstellung und es ist bis heute, dass es auch möglich ist, neben dem Mutter-Dasein auf anderen Ebenen in dieser Welt was zu bewirken oder anzupacken oder zu inspirieren, zu ermutigen, all die Punkte, die mir vorher auch schon wichtig waren. Dementsprechend stimme ich dir dazu, wenn du das sagst, dass ich da nicht nur, also mir es eigentlich auch nicht vorstellen kann. Ich glaube, mein Mann, wenn wir so über dieses Thema auch sprechen, würde mir da auch zustimmen, dass ich, glaube ich, einfach zu aktiv bin, dass ich dann einfach so Füße stillhalten und jetzt immer nur Spielplatz den ganzen Tag und irgendwie nur Mama-Themen. Also da merke ich, da sind noch so viele andere Themen in mir lebendig, denen ich gerne auch nachgehen möchte. Wie macht ihr das ganz praktisch? Teilt ihr euch jetzt, also zum Beispiel jetzt gerade, ist dein Mann jetzt gerade hier mit so einem Mann unterwegs und schaut, dass du jetzt hier den Freiraum bekommst, um mit mir den Podcast aufzunehmen? Genau, so ist es. Also dadurch, dass wir beide selbstständig sind, können wir uns auch den Tag entsprechend gestalten und das schätzen wir schon beide auch sehr, dass wir da diese Freiheiten haben, auch zu sagen, okay, jetzt passe ich mal auf ihn auf oder dass wir uns einfach absprechen, dass er jetzt auch einen Termin hat. Ja. Ich komme zum letzten großen Komplex, sozusagen dem Lass es leuchten Kongress. Eine Frage vorab und zwar, wovon träumst du? Ich habe einige Träume. Einer der großen Träume, die ich habe, ist, dass gerade Frauen in Deutschland sich über ihr Potenzial bewusst werden, also das, was in ihnen steckt und dass sie sich trauen, sich auf den Weg zu machen, dieses Potenzial auch auszuleben mit Gott an der Seite, als den Ermutiger, der neben ihnen steht und ihnen zuspricht, hey, go for it, lass es leuchten. Um nochmal den Slogan reinzubringen. Also das ist eine große Sache, die ich jetzt speziell, insbesondere auch mir mit meiner Arbeit erhoffe, dass da noch mehr so eine Eigenmächtigkeit in das Leben kommt, mehr von einem passiven Leben weg hin zu einem aktiven, initiativen Leben. Ich würde fast sagen, sozusagen die andere Seite von dem, was du jetzt beschreibst, also von dem auch vielleicht, was auf deiner Ebene selber passiert, ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, das Ziel, so ein digitales Nomadenleben auch ermöglicht zu machen und damit ihr zum Beispiel als Familie in Brasilien sein könnt. Dein Mann ist ja Brasilianer und das erklärt auch, finde ich, warum du jetzt mehr online machst und jetzt halt neben den Kursen und Coachings, wie gesagt, die Konferenz lass es leuchten. Jetzt erzähl mal, was genau hast du da geplant? Also es ist ein Online-Kongress, der komplett online stattfindet und dort werde ich 16 Sprecher innen interviewen, unter anderem Gabi Wendland, Maria Prehan, Ellen Nies, Wiodick Martin, das ist die Chefredakteurin von der Frauenzeitschrift Lydia und noch ganz viele andere tolle Persönlichkeiten über dieses Thema, ich werde mit ihnen über dieses Thema sprechen, wie man seinen Platz im Leben findet und wie man darin ihn nicht nur finden kann, sondern auch darin aufleuchten kann und das ist so das Ziel, dass ganz viele Frauen, also meine benannte Vision ist, dass ich 10.000 Frauen mit diesem Kongress erreichen möchte, dass sie erleben, dass da noch mehr möglich ist und sich ermutigen lassen von diesen wunderbaren Frauen und auch Männern. Frauen und Männer sogar? Ja, es gibt zwei Sprecher, männliche Sprecher. Ach so, von den Frauen und Männern inspirieren, genau. Genau, aber es ist speziell für Frauen. Ist es speziell für christliche Frauen oder einfach für Frau? Also es ist schon für christliche Frauen, würde ich sagen, primär, einfach weil ich sehr viele christliche Sprecher habe, aber ich habe es bewusst auch so formuliert, dass auch nicht christliche Frauen da sich eintragen können, weil es ist schon auch meine Idee, das ein Stück weit missionarisch zu betrachten, diesen Frauen den Zugang zu geben zu christlichen Werten und Lebensvorstellungen und auch in meinen Recherchen war das gar nicht so leicht, zum Beispiel auch, also ich habe auch nicht christliche Leute dabei, die zum Beispiel ihre eigene Coaching-Methode entwickelt haben zum Thema Berufung oder Bestseller-Autoren sind in dem Bereich, also sich einfach mit diesem Thema, wie finde ich meine Berufung, wie finde ich meinen Platz im Leben auf einer wissenschaftlichen Ebene auseinandersetzen. In meinen Recherchen habe ich gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, in dem Bereich nicht Leute zu finden, die das so sehr esoterisch anfärben. Also da gibt es halt ganz viele, die so eher in der esoterischen Richtung unterwegs sind und da war mir das wichtig, schon bei der, ja, wo ich die Sprecher ausgesucht habe, schon Leute zu wählen, wo ich da auch mit deren Weltanschauung weitestgehend mitgehen kann und jetzt auf der Homepage nicht das Erste ist, finde die Göttin in dir oder sowas, wo ich jetzt da nicht mitgehen kann und ja, deswegen war das auch eine spannende Reise, diesen Kongress überhaupt vorzubereiten und jetzt ins Leben zu rufen. Ich glaube, du hast an für sich schon ganz gut gesagt, warum dir das am Herzen liegt. Mich würde es interessieren, wie kamst du auf die Idee zu sagen und ich mache da jetzt einen Kongress. Also ein Kongress finde ich ein großes Wort, wo ich so sehr viel Respekt davor. Du hast Ärmel hochgekrempelt, hast dich da reingestürzt und siehst jetzt gerade nicht aus wie ein Nerd, der die Webseite baut und selber alles programmiert und so. Aber doch tummelst du dich in all diesem Ganzen. Wie kam das? Vielleicht gab es noch zehn andere Ideen, du hast gesagt, das ist die beste oder kam die plötzlich? Keine Ahnung, das würde mich interessieren. Also diese Idee von einem Kongress online zu gestalten, die war schon ziemlich lange in mir und da habe ich eben von jemandem gelernt, also ich finde dieses Thema Online Business hat es ja schon erwähnt, sehr spannend und habe mich im Zuge dessen gefragt, was gibt dir die Möglichkeit einfach so viele Frauen wie möglich auf einmal zu erreichen und da ist das Kongress System denke ich schon eins, wo man die Möglichkeit hat, dieses Wissen auch kostenfrei zur Verfügung zu stellen und so kam ich auf das Thema Kongress, ja. Mir ist aufgefallen, zum Beispiel bei deinen Podcasts oder auch wie du Insta betreibst und so, das ist ja schon sehr Online Marketing affin, sage ich mal, also du hast das schon irgendwie im Blick, die Mechanismen mit Newsletter anmelden und so weiter und so, woher kannst du das eigentlich, weil studiert hast du ja offensichtlich nicht. Also hast du dir einfach selber beigebracht und hast dich da so ein bisschen Learning by Doing oder was ist deine Herangehensweise? Ja, studiert vielleicht nicht im klassischen Sinn, aber man kann ja ganz viel auch heutzutage über Online-Kurse lernen und ich habe mich da auch weiter gebildet in Online-Kursen und habe mir entsprechende Tools angeeignet durch das Wissen auch von anderen und habe jetzt auch als große Vision, also ich habe ja unterschiedliche Online-Kurse auch, die ich entwickelt habe, zum einen den Gesangskurs und jetzt aber auch den Lass es leuchten Masterkurs und da denke ich, ist es einfach unglaublich smart in unserer heutigen Zeit, gerade in Corona, wo wir nicht die Möglichkeit haben, an einem Präsenzkurs teilzunehmen und vielleicht auch nicht die Zeit, ganz ehrlich, ich meine, das ist jetzt gerade so praktisch zu sagen, okay, mein Kind schläft, okay, ich schaue mir mal eine Stunde einen Kurs zu Internet-Marketing an, meinetwegen, jetzt nur als Beispiel und ja, so war das bei mir und für mich hat da, denke ich, auch nochmal eine große Rolle gespielt, gerade bevor es dann in den Endspurt auch meiner Schwangerschaft ging, dass ich gesagt habe, okay, möchte zum Beispiel meinen Gesangskurs vor Geburt veröffentlichen und das hat mir dann auch nochmal Antrieb gegeben, mich da in die Materie nochmal tiefer reinzugraben und ja, es begeistert mich auch, also ich finde dieses Konzept einfach toll und finde das wichtig, dass wir als Christen auch so am Puls der Zeit sind, auch in solchen Medien, um einfach zu gucken, hey, wir haben so eine tolle Message, ich meine, wie du jetzt auch, mit dem Podcast, dass man jetzt das nicht noch wie damals irgendwie mit Handzetteln verteilt, sondern ganz andere Möglichkeiten hat, zu sagen, ich bin jetzt in irgendeinem Ohr, weil jemand den Zugriff auf diesen Podcast hat, also ich finde das einfach ein geniales Medium und finde, dass wir das noch viel mehr auch nutzen können, um diese christliche Wahrheit, um das Evangelium auch nach außen zu tragen. Also der Lass es Leuchten Kongress, wann wird der stattfinden, der Vollständigkeit halber? Ja, der findet vom 3. bis zum 10. Juni statt, also dieses Jahr, jetzt schon sehr bald, in ein paar Wochen und ich bin super gespannt und auch voller Vorfreude, da dieses tollen Interviews mit den Frauen zu teilen. Also man kann sich da gerne anmelden unter lass es leuchten. kongress.me also kongress.me ist quasi die Domain und lass es leuchten. Aber wenn man Lass es Leuchten Kongress eingibt, findet man es eh. Okay, oder man sucht und findet dich irgendwo bei Social Media, wo du gut aktiv bist und dann findet man den Lass es Leuchten Kongress mit Sicherheit auch. Auf der Webseite hast du geschrieben, ich weiß ganz genau, wie schlimm es sich anfühlt, sich in seinen Rollen gerade als Mutter zu verlieren und nicht seiner Bestimmung nachzugehen. Ich würde da schon noch mal gerne nachfragen, einmal zumindest, und zwar hast du den 10 Monaten jetzt, auf der Webseite stehen glaube ich noch 8 Monate, also wahrscheinlich vor 2 Monaten dann, 10 Monate nach der Geburt deines Sohnes, dass du dich da verloren hast in der Mutterrolle und halt nicht mehr deinen Bestimmungen nachgehen kannst. Ja, also ich denke die Tendenz ist sehr schnell, der Zeitraum ist sehr Ja, verstehe schon, was du meinst. Also ich denke, das ist einfach so eine Tendenz von uns Frauen, sich da so aufzuopfern und komplett drin zu verlieren und da ist es mir auch nochmal wichtig zu betonen, dass es mir auch gar nicht darum geht, dass die Mutterrolle in irgendeiner Weise irgendwie schlecht ist, sondern da nochmal zu sagen, ich feiere das total, Mutter zu sein und ich finde das großartig, den kleinen Mann hier in meiner Welt zu haben, aber ich merke, dass da eben noch mehr ist und wünsche mir eben dieses mehr auch immer wieder trotzdem auch noch im Fokus zu haben und da nicht komplett irgendwie das aus Unabhängig vom Kongress bietest du auch Mutter-Kind-Coaching an. Ich habe mich da gefragt, brauchen Mütter denn unbedingt Coaching? Also würdest du das eigentlich fast allen Müttern empfehlen und sagen, hey, das tut dir gut? Ich bin persönlich die Verfechterin davon, dass ich denke, dass es immer gut ist, auch in seine persönliche Weiterentwicklung zu investieren und würde in dem Sinne schon sagen, dass gerade wenn eine Frau an einem Punkt steht, wo sie sagt, ich würde ja gerne, aber ich weiß nicht wie, dass es sinnvoll ist, sich einen Coach an die Seite zu nehmen und da mache ich das von Herzen gerne, da Frauen zu begleiten, die zu mir kommen, zum Beispiel eine Anekdote, eine Frau, die noch am Anfang des Jahres dastand und überhaupt nicht wusste, was mache ich mit meinem Leben und jetzt ein Buch schreiben möchte, die Vision hat einen Bauernhof zu Begleitet und wenn ich solche Geschichten höre, einfach von Teilnehmern oder Coaches, dann geht wirklich mein Herz auf, weil ich denke, ja toll, das ist doch eigentlich fast einer der schönsten Dinge, die man jemandem mitgeben kann, dieses ich weiß, wofür ich lebe und ich weiß auch, also neben unserem Auftrag, den wir alle als Christen haben, aber seine individuellen Begabungen und auch seine individuelle Geschichte zu gebrauchen, um auch anderen Menschen zum Segen zu sein. Vielleicht ist die Frage zu groß und zu allgemein formuliert, aber ich versuche es mal und zwar, wie siehst du Frauen oder auch christliche Frauen im Speziellen, also was zeichnet sie deiner Meinung nach aus? Das ist ganz interessant, ich habe ja so ein Kennenlerngespräch, was ich mit vielen Frauen führe, die Interesse haben an diesen Coachings und da habe ich ein paar Fragen, wie sie sich selbst sehen und eine der Fragen ist, hast du das Gefühl, du bist Teil eines großen Ganzen? Warte mal, wie war die Frage jetzt genau? Aber ich finde es total schön, dass ganz viele Christen kommen ja zu mir und sagen, ja, habe ich und spürst du eine Sinnhaftigkeit in dem, was du tust? Und da spüre ich bei den Frauen, die eben den christlichen Glauben mit mir teilen, so dieses ja, habe ich und das begeistert mich zu sehen, dass das echt eine andere Nummer ist, einfach zu wissen, wir sind getragen von Gott und wir dürfen mit ihm dieses Leben gestalten, das ist, denke ich, so von der Weltanschauung eine ganz andere. Was ich gleichzeitig aber auch erlebe, ist bei vielen auch christlichen Frauen, dass ich denke, dass da teilweise noch ein paar alte Glaubensmuster übernommen wurden, auch von dem Rollenverständnis, ich will mich da jetzt nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, dass ich schon denke, dass ja, da bei vielen Frauen noch so eine Unsicherheit ist, ob sie sich dann überhaupt trauen dürfen, zum Beispiel zu träumen, ja, das erlebe ich auch in Coachings, so dieses, ach, darf ich denn überhaupt träumen und da so einen Rahmen zu schaffen, wo man sagt, ja, natürlich darfst du träumen und bitte seht es doch nicht als irgendwie das ist gegen Gottes Wille oder so, sondern ich glaube schon, dass er diese Träume auch bewusst in unser Herz gelegt hat oder eben in das Herz der Frauen und da möchte ich einfach auch in dieser Zusammenarbeit immer wieder immer wieder diesen Kanal schaffen und diesen Fokus darauf, was von dem trägt dazu bei, dass man diesen Platz auch im Leben findet. Mega, mega spannend, mit Blick auf die Zeit komme ich jetzt auf die Ziele gerade. Früher hat man gesagt, jeder Christ ein Gitarrist, heute würde ich sagen, jeder Christ ein Buchautor, da kommt es mir manchmal vor, du hast aber noch keins geschrieben und ich habe mich gefragt, naja, wenn du aber eins schreiben würdest, was wäre das Hauptthema deines ersten Buches? Also dadurch, dass ich jetzt den Lassesleuchten Kurs, die Lassesleuchten Facebook-Gruppe, den Lassesleuchten Kongress veranstaltet habe, wäre der Titel wahrscheinlich wäre er wahrscheinlich Lassesleuchten würde ich mal sagen, aber es ist interessant, dass du das fragst, ich habe nämlich, du hattest das ja im Vorgespräch auch mal gefragt, ob ich da nicht ein Buch habe und wo es dann gibt und hatte mit meinem Mann darüber gesprochen, eben auch über die Frage, ja, ah ja, über was würde ich denn eigentlich schreiben und ich glaube aber auch, dass ich über dieses Thema der Transformation sprechen würde oder auch über dieses Thema der Rollen, dieses Rollenverständnis, weil ich durchaus sagen kann, dass ich in meinem Leben unterschiedliche Rollen auch eingegangen bin und ich auch glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo es eben nicht mehr so ist, ah ja, ich habe eine Bankausbildung gemacht und jetzt muss ich mein Leben lang Banker sein, sondern wo es gerade im Internet unglaublich viele Möglichkeiten gibt, sich weiterzuentwickeln, sich Wissen anzueignen, was wiederum für andere wertvoll ist und da auch online was aufzubauen in einem Bereich, für den man brennt und für den man eine Leidenschaft hat. Dementsprechend wäre das, denke ich, ein Thema des Buches, dass man da nicht stehen bleibt, sondern eigentlich auch da weitergeht. Du hast selber in deinem Podcast gesagt, Martin Pepper ist ein Urgestein der christlichen Szene, hat sie vor allem mit seinen christlichen Liedern sehr geprägt. Was wünschst du dir, dass man einmal über dich sagt? Oh, das ist eine große Frage. Also das Lebensmotto ist Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und ich denke, das ist durchaus auch eine Sache, die ich da bin, dass ich mein Leben eigentlich dem hingegeben habe, der mich geschaffen hat und der mir das Leben geschenkt hat. Das ist denke ich so ein großes Ding und dass ich in dem geliebt habe, also Menschen, aber auch mich selbst und da so eine Balance gefunden habe zwischen diesen drei großen Bereichen. Ich habe noch drei schnelle Fragen zum Schluss geborgt von Samuel Rösch, unserem ersten Podcast Gast, der ja auch bei dir bei Glaubens Musik zweimal zu Gast war und zwar Frage Nummer eins, was ist dir wichtig in deinem Leben? Oh, das sind ihr so schnelle Frage, schnelle Antwort oder wie? Das ist zumindest der Versuch, ja, oder eine kurze Antwort, darfst auch gerne ein paar Kunden überlegen. Okay, meine Familie. Worauf kommt es an? Für mich geht es um das Thema Gottvertrauen, also es kommt für mich echt ganz, ganz viel runter zu Gottvertrauen, auf dieser Ebene zu laufen, dieses ich bin geborgen, ich bin getragen von ihm, das gibt mir Sicherheit, das gibt mir Halt, es gibt mir Wurzeln und Flügel. Wow, wie poetisch. Also da hast du dann doch wieder das von deinem Vater abbekommen, glaube ich. Was ist dir wirklich, wirklich wertvoll? Neben meiner Familie und meinem Glauben, mich einzubringen in die Welt, nicht davor zurück zu schrecken, Fehler zu machen, sondern mich dem Leben hinzugeben mit dem, was ich habe, was ich kann, da mich darauf einzulassen, was für Möglichkeiten in meinem Weg liegen. Wow, Jennifer Pepper, vielen, vielen Dank für deine Zeit und Offenheit in diesem Gespräch. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Daniel, für die tolle Recherche und deine super Fragen. Gerne. Okay, stopp, 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 bevor ihr euch jetzt verabschiedet, habe ich noch einen Hinweis für euch, und zwar die Evangelische Nachrichtenagentur IDEA, die euch diesen Podcast präsentiert, die präsentiert euch neuerdings auch spannende Inhalte auf Instagram. Dort könnt ihr einfach nach mein.idea suchen. Und hey, vielleicht schaut ihr auch mal bei idea.de vorbei, dort könnt ihr zum Beispiel auch den kostenlosen Newsletter Punk House Post abonnieren oder ihr abonniert den Telegram-Kanal von IDEA, dort einfach nach idea.häute suchen oder schaut euch das letzte Königskinder-Video auf YouTube an. Da ist doch für jeden was dabei, oder? Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder mir ein Feedback schreibt unter podcast.idealisten.net Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin, euer Daniel.